so herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem youtube channel eigentlich wollte ich heute wie im letzten video schon angekündigt ein bisschen was zum thema neues display in der limo erzählen muss jetzt allerdings noch mal kurz ausschweifen muss noch mal ein paar sätze zu den türen sagen die sind jetzt vollständig im auto drin an dieser stelle noch mal danke marius für die etlichen stunden helferei wieder jeder der schon mal so türen getauscht hat weiß dass es eine arbeit und die alleine machst da geht es teilweise so um solche kleinigkeiten um nuancen beim einstellen das geht alleine einfach nicht das ist immer besser wenn man noch eine helfende hand hat die auch vernünftig hilft und auch an der richtigen stelle anfasst das klappt bei mir ist einfach immer perfekt türen sind vollständig drin scheibenrahmen sind eingestellt war übel action das alles einzustellen obwohl es eigentlich wirklich gut passt ist natürlich dann doch das problem man kann bei diesen audi türen den eigentlichen scheibenrahmen nicht nach hinten oder nach vorne verschieben der ist fest in der tür drin man kann jetzt so ein ganz bisschen zurecht drücken aber eigentlich kann man den nicht verschieben das heißt am ende macht man es wirklich alles endliche male bis es perfekt passt und man fängt wirklich an an jedem scharnier umzustellen an der tür umzustellen am schloss umzustellen empfang haben umzustellen am scheibenrahmen umzustellen bis man dann irgendwann endlich die tür so eingestellt hat wie man es haben will besonders cool finde ich dass man eigentlich kaum merkt dass es eine karbon tür ist das werdet ihr jetzt natürlich akustisch nicht so wahrnehmen können wie ich aber man merkt beim auf und zu machen jetzt dann doch wieder dass die tür ganz gut masse hat also das fühlt sich auf den ersten blick glaube ich jetzt nicht nach karbon an und selbst beim zu gehen hat man immer noch ein schönes geräusch und es ist jetzt auch nicht so dass wir die tür zukneiden müssen das geht schon also einfach mit ein bisschen nachdruck und schon ist die tür zu vorne genau das gleiche vorne war das ganze natürlich noch mal ein bisschen schwieriger weil die tür einfach länger ist und somit mehr masse bekommt aber selbst die geht wirklich einwandfrei zu die springen ein ganz bisschen auf das liegt daran weil wir sie mit absicht ein bisschen mehr gegen die dichtung angelegt haben damit es innen einfach nicht so laut ist ja auch sensationell ist wie diese türpappen später noch passen also da hat artyom wirklich jedes kleinstes loch perfekt ausgefräst und so weiter man steckt die einfach wie original drauf und fertig jetzt will ich mal eine sache machen ich setze mich mal rein und mach mal eine tür von innen zu das habe ich nämlich selber noch gar nicht gemacht jetzt sieht echt die schuhe aus gewichtsersparnis eröffnet sich aber gut auch vom zumachen hier drin hört sich auch richtig nach man muss schon ein bisschen zu ziehen aber es ist jetzt nicht so dass man wie bekloppt dazu ziehen muss ich kann es eigentlich schon kaum wieder erwarten hier mal ein bisschen weit wieder zu fahren ja sowie zum thema türen türen sind drin sieht absolut oberschäffig aus passt gut paar kleinigkeiten noch so ein paar abdeckung fehlen noch jetzt geht es weiter mit displays paul hat er mich so ein bisschen angesteckt mit seinen ganzen sensoren das war immer so ein bisschen ein problem bei limo ich hatte zwar jede menge anzeigen im handschuhfach diese waren aber nicht lockfähig das heißt ich habe teilweise immer eine kamera darauf gemacht habe auf die displays geguckt nach dem lauf was der motor so macht ist natürlich alles andere als zeitgenössisch deswegen habe ich da jetzt was neues drin ihr kriegt jetzt als allererstes mal ein kleines zeitraffer weil ich habe wirklich stundenlang wieder kabelbaum gebaut und vielleicht ist etwas witziges dabei wie wo 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Variante jetzt, kann ich nach freiem Belieben den Laddruck über das Display regeln. Das heißt, wir stimmen das wie gehabt auf alles was geht ab und wenn ich will, kann ich es hierüber runter takten. Das funktioniert auch sehr gut. Wir haben das in dem Golf 3 auch schon verbaut. Das geht wirklich so weit, dass man, wenn man will, können wir den Laddruck über Gaspeldarstellung regeln. Das heißt, Halbgas ist Dosendruck, Volllast ist 100%. Wenn wir wollen, hat dieses Display ein Boost bei Gear. Das heißt, ich kann vorher eintragen, erster Gang gar keine Taktung, zweiter Gang 30%, ab dritter Gang voll. Und jetzt der aller für mich wichtigste Entscheid ist, gerade jetzt auch für diese anstehende Vollgas 400 kmh Fahrt, das Display hat eine Überwachung. Das heißt, ich kann einstellen, wenn der als Beispiel die Abgastemperatur zu hoch ist, soll er passend dazu den Laddruck runter regeln. Da kann ich natürlich jeden Sensor angeben, den ich will. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in nächsten Wochen die Erfahrung mache, dass ab 1 Bar Wasserdruck der Motor langsam anfängt, die Grätsche zu machen, dann kann ich hier jetzt reinschreiben, ab 1 Bar Wasserdruck bitte Laddruck bis auf Dosendruck zurücknehmen, sodass sich der Motor in dem Moment zumindest wieder fängt. Beschleunigt natürlich auch nicht mehr so krass, aber man hat auf jeden Fall Überwachung tun. Das sind so Punkte, die mich alle dazu gebracht haben, dieses Display zu verbauen, weil das hat sich wirklich bei uns in dem Golf. Ich kann es nur noch mal sagen, richtig geil ausgezeichnet, funktioniert wirklich perfekt. Da freue ich mich wirklich darauf, das hier auch zu benutzen. Diese ganzen Drucksensoren kann ich entweder, wie ich schon gesagt habe, an die Displays anschließen oder an dieses Vierfach-Analog-zu-Kennbus-Modul. Das heißt, hier kann ich vier analoge Sensoren anschließen, die dann wieder ein Kennbus-Signal rausgeben. Somit ich auch die ganzen Sensoren wieder auf beiden Displays abrufen kann. Zusätzlich habe ich pro Display ein PWM-Signal. Das heißt, das ist ein getaktetes Signal, wie er es sich zum Beispiel nutzen kann für das N 75 Grad. Das heißt, da kommt nicht nur 0 oder 1 raus, sondern da kommt eine Schwingung raus. Und zusätzlich kann ich einen Ausgang schalten. Das heißt, ich werde ein Display nutzen, um meine Kraftstoffpumpen zusätzlich zu schalten. Das heißt, ab 30 Prozent Drosselklappen-Bestellung gehen meine Pumpen an. Und auf dem anderen Display werde ich dieses Signal zum Schalten dafür nutzen, dass ich zum Beispiel sage, ab 93 Grad Wassertemperatur bitte lüft da volles Ballett an. Das Ganze ist eine Relais-Schaltung. Das heißt, hier kommt einfach nur ein Signal raus. Mit dem geht ihr auf ein Relais und fertig. Zusätzlich dazu kommt auch noch zweimal natürlich Breitband-Lambda-Sonde. AEM funktioniert immer. Heißt, einfach nur einen Controller, eine Sonde. Hier kommt auch wieder ein Kennbus-Signal raus. Das heißt, ich sehe wieder auf beiden Displays sowohl links als auch rechts, weil ich mache eine linke und eine rechte Sonde rein. Jede Menge Sensoren, jede Menge krassen Scheiß. Achja, hier am Ende haben wir noch so einen wunderschönen Schaltblitz. Sieht jetzt erst mal unspektakulär aus, kann aber im Dunkeln dann doch ganz gut funktionieren. Mal gucken, vielleicht mache ich den noch in die Düse dahinter, dass einem das im Dunkeln richtig entgegen blitzt. Ich zeige euch jetzt einmal noch mal kurz die Lock-Funktion, wie ich schon sagte. Alle Sensoren, die ihr angeschlossen habt, werden dauerhaft mitgelockt. Das ist eigentlich auch recht interessant. Hast du das schon mal gewogen, was da jetzt alles wieder reinkommt? Ehrlich gesagt noch nicht. Muss ich mal machen. Wäre mal interessant, was das alles wieder wiegt. Es ist auf jeden Fall leichter als das alte Zeug. Das alte Zeug, was ich drin hatte, war auf jeden Fall noch mal schwerer. Ich würde mal tippen, alles zusammen 2 Kilo. Mehr ist das nicht. Ihr habt ihr jetzt mal einen Lock von dem gleichen Display aus unserem Golf 3 vom Abstimmen. Total einfache Sache. Es ist eine kleine SD-Karte drin, die nehmt ihr aus dem Display raus, schiebt sie einfach in den Rechner rein, geht auf die Kenncheck-Seite. Dort haben die so einen coolen Lock-Viewer. Dann wählt ihr einfach die Datei aus und schon habt ihr hier die ganzen einzelnen Daten. Das sieht jetzt natürlich erstmal höchstgradig unübersichtlich aus, weil wir natürlich unten viel zu viel drin haben. Wir machen jetzt mal nur die Sachen, die uns interessieren. Wir machen erstmal alle weg. Toggle All. So, und jetzt wollen wir haben Zeit. Als Beispiel, Ladedruck, Drehzahl und Ansauglufttemperatur. So, jetzt ist das Ganze immer noch recht unübersichtlich. Deswegen können wir jetzt diese Achsen selber bestimmen. So, das heißt 2, welche hatten wir jetzt gewählt? 1. Und schon wird sich das Ganze gleich mit diesem sensationellen, schnellen Rechner hier wieder. Jetzt machen wir noch eine Sache dazu. Das ist beim Lock immer am einfachsten, Drossenklappenstellung. Weil an der Drossenklappenstellung sieht man immer recht schnell und einfach, wann wirklich Vollgas gegeben wurde. Zack. So, jetzt können wir das Ganze mal einfach auf Einlauf beliebig ranzoomen. Glück. So, wir haben jetzt Drossenklappenstellung ist grün. Das heißt, da wo hier es in Richtung 100% geht, sind jetzt interessante Bereiche, die wir sehen wollen. Und da haben wir jetzt... Ah, ne. Ich sehe sofort, das sieht für mich eher nach Race 1000 aus. Weil man sieht immer, dass wir ein paar Mal das Gas gelupft haben. Das war also beim Race. Ja, so. Und jetzt könnt ihr einfach hier in dem Moment, wenn ihr mit dem... Wenn ihr auf den Punkt geht, ändern sich unten immer passend die Werte. Und ihr könnt euch alles angucken. So, das heißt, hier hat einer langsam Gas gegeben. Bis 84%. In dem Moment könnt ihr schon sehen, gelbe ist die Drehzahl. Hier sind wir bei 4400. Einmal gelupft und weitergedreht. Bis 7400. So, bei 7400 kann man jetzt hier unten alles gucken. Wir hatten 4,4 Bar Öldruck. 21% Taktung hatten wir in dem Moment. Das waren immerhin schon vor dem Ladeluftkühler 161 Grad. Hinter dem Ladeluftkühler 38 Grad. 5,43 Bar Benzindruck und Lambda 0,64. Viel zu fett. So, Spannung 12,8 Volt. Das heißt, hier könnt ihr wirklich auch links rechts einfach hin und her klicken und euch so über den ganzen Bereich angucken, was so passiert ist. Hier haben wir geschaltet. Dann wieder Dings. Jetzt sind wir immerhin schon bei 1,6 Bar. So, und so erhoffe ich mir, dass ich natürlich mit diesem Display einfach in Zukunft dauerhaft mitlogge und egal wann wie, wo ich Gas gebe, hinterher schlau bin. Viele von euch werden jetzt sagen, ach, macht doch einfach ein frei probierbares Steuergerät rein. Das kann das auch alles. Das ist richtig. Das kann auch alles. Das kann auch loggen und so weiter. Aber Sascha, mein Abstimmer und ich, wir fuchsen uns seit Jahren in dieses Originalsteuergerät rein. Haben noch nicht einen einzigen Motorschaden durch einen Softwarefehler gehabt. Und das wird auch so bleiben. Und deswegen machen wir nämlich an dieser Stelle so weiter. Weil ich glaube, das ist definitiv eine coole Ergänzung. Alleine die Funktion, die Sachen zu schalten, plus das Loggen, das wird eine coole Nummer. Ja, ich hoffe, das war jetzt noch nicht zu viel. Mehr, denke ich mal, kann man eh auf die Stelle nicht aufnehmen. Es wird auf jeden Fall in den nächsten Folgen immer und immer und immer wieder über dieses Display gehen. Egal, ob beim Abstimmen, bei Rennen und so weiter. Weil bei diesen Autos mit der Leistung ist einfach das Loggen das Wichtigste. Weil zur Sekunde beim Fahren kann man eh gar nicht sehen, was da so passiert. Es gibt natürlich trotzdem noch schöne Popup-Funktionen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel reinschreibe über drei Bar, soll auf einmal alles rot blinken. Geht natürlich auch. Das sind alles noch so Kleinheiten. Die habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Aber lieber loggen danach. Karte raus. Sich hinsetzen. Gucken, was der Motor gerade gemacht hat. Und weiter geht's. Ja, wir bauen jetzt das Auto zusammen. Und dann sehen wir uns auf die nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.